Ich hoffe, was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem erneuten Video. Und ja, wo haben wir stehen geblieben? Und zwar gab es eigentlich in meinen Streams, ihr werdet es jetzt direkt schon im Titel lesen und direkt euch denken, Martin, da war mal nicht lange rum, komm mal einfach mal direkt zum Thema. Ich möchte aber euch ganz kurz davor schon sagen, eigentlich habe ich mir das Ganze schon reingezogen, weil wir das Ganze im Stream nochmal mit den Zuschauern zusammen uns reingezogen haben. Apropos Streams, ich streame jedes Wochenende, jetzt vor allem, weil ich noch Urlaub habe und die Corona-Morona-Weihnachtszeit noch anfängt. Habe ich sogar überlegt, vielleicht sogar täglich zu streamen. Dann schauen wir, wie wir das Ganze durchziehen können. Auf jeden Fall dieses ganze Wochenende, das heißt Freitag, Samstag und Sonntag, werden wir gemeinsam auf Videos reagieren, miteinander chillen. Ihr könnt mir Fragen stellen, ich beantworte sie. Yalla, ihr wisst ja, was das Ganze heißt. Halt deine Fresse, wenn ich Videos mache. So, yalla. So Leute, also auf jeden Fall, genau, ich habe das Ganze schon, ich habe auf das ganze Video schon, beziehungsweise, ich habe schon bereit, genau, ich habe das Ganze schon, ich habe auf das ganze Video schon, beziehungsweise, ich habe schon bereit, Blux oder Blacks, wie man ihn auch nennt, reagiert, aber irgendwie habe ich das Video doch nicht aufgenommen. Keine Ahnung, was damit passiert ist, glaube ich, ist, äh, aber wir malen nicht lange drumherum. Ich würde sagen, yalla, let's. Ich habe so ein bisschen Schamare an meinen Mikrofon geklebt. So Leute, also, wir haben das Ganze schon eigentlich gemeinsam durchgekaut. Blacks 33 Teflondon wurde mir ab, nur mal viel empfohlen. Reagier doch auf den, das ist der krasseste aus Oldenburg und ich kann euch jetzt schon mal an der Stelle spoilern. Ja, meiner Meinung nach, der krasseste hier aus Oldenburg, was er hier abliefert, ist schon, ich verstehe bis heute nicht, wieso der nicht mehr jetzt bis heute gebracht hat. Sagt mal so, in Deutschland viral gehen, aber das ist es auch, glaube ich, sogar hier. Wir gehen das Ganze mal durch. Also, Blacks ist hier, der hat nur 910 Abonnenten, gute Abonnenten bei Rappern, spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle. 1732, seht ihr, ihr habt das schon geliked. Boah, sogar hier ein Kommentar geschrieben. Blacks, absolut krass, was du hier ablieferst, bring mal öfter Bretter raus, das ist meiner Meinung nach zu wenig. Weiter so. Ähm, dieser Kommentar war eigentlich sogar sehr, sehr untertrieben, ähm, weil ich, wie gesagt, habe, es ist wirklich der krasseste hier aus Oldenburg mit Abstand. Ähm, ich kenne bis jetzt nur Teflondon. Also, ich habe jetzt nur darauf reagiert, wie ihr seht. Verdächtigt habe ich jetzt noch nicht reingezogen. Äh, wir reagieren da jetzt offline drauf. Ähm, was, was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich einfach sagen, Bruder? Ich würde sagen, wir werden uns das Ganze jetzt mal hier professionell mit Kopfhörern uns reinziehen. Und ich bin sehr gespannt, was der Brie uns jetzt hier nochmal vorstellt. Ich habe so ehrlich gesagt, so ein bisschen jetzt schon diesen Vibe davon, äh, vergessen, was da so abging. Halt einfach dein Maul. Wir reagieren jetzt drauf. Immer diese Gangster-Filme mit der Polizei. Lasst doch mal die Armen, Armen, Jess, in Ruhe. Lasst sie doch in Ruhe. Die machen auch einen neuen Job. Spaß. Ich hatte das Ganze schon im Stream angesprochen. Meint ihr, diese, äh, Polizeiszenen sind echt oder gespielt? Also ich gehe davon aus, dass sie halt wirklich echt sind und nicht gespielt sind, weil, äh, ja, wer wird das denn so darstellen oder beziehungsweise nachstellen? Deswegen, äh, reale Filme hier, reale Gangster-Filme auf den. Halt ab, Sam! Halt weg! Oh, die Drill-Richtung, die Drill-Richtung. Blöcks! Ich kann das nicht öfter wiederholen, ne, aber diese Stimme bei Blacks, bei Blacks ist ja genau das, was mich so catcht an der ganzen Sache. So, würde ich das auf Spotify hören, würde ich niemals ahnen, dass es hier irgendein random Künstler hier aus Oldenburg soweit geschafft hat. Ähm, deswegen, äh, absolut interessante Stimme. Ändert mich so halt sehr, sehr an Luciano, weil er jetzt so der einzige Blackie ist, so in der Szene, der halt abnormal heftig rasiert ist. Es gibt natürlich auch andere, aber für mich ist so Luciano der, ähm, der hier in Deutschland auf jeden Fall am meisten rasiert hat, also meiner Meinung nach. Ähm, und deswegen erinnert er mich an diese Stimme. Die Stimme und der Beat und dieser ganze Vibe, den er hier aufbaut, passt auch absolut überein. Dunkle, raue Stimme, was absolut wichtig ist für so ein Vibe. Es passt alles zusammen bis jetzt. Es passt einfach alles zusammen. Einfach nur diese Stimme, man hört sie und kriegt diesen kalten, bösen Vibe in die Fresse. Was mir auch mir richtig gut gefällt, ist auch wie er das ganze Video in die Szene setzt. Auch mit Leuten, die hinter ihm stehen, ähm, wahrscheinlich seine ganze Community oder seine ganze Gang, ich sag mal so Gang, wir wollen jetzt hier nicht übertreiben. Wirklich sehr, sehr krass. Auch so, wie die Leute da auch mitmachen. Werdet ihr auch später gleich noch im Video sehen. Die haben Bock drauf, die viben mit und das ist halt natürlich was absolut wichtig ist für eine Videoperformance, ne? Auch die Effekte hier, wie die das bearbeitet haben, mit rüberschwenken, zack, zack, zack. Wisst ihr, ich bin sowieso einer, der sich Videos eigentlich mehr reinzieht als den Song an sich. Ist wirklich krass gemacht, also. Also, ich feier das absolut, weil, ähm, das ist einfach dieser Vibe. Ich kann ihn nicht in Worten beschreiben. Der hat einfach mit seiner Stimme und mit seiner, ich sag mal sogar, recht monotonen Stimmlage, er macht ja immer mit der gleichen Stimmlage, aber es kommt trotzdem so rüber, als ob das Ganze voll abwechslungsreich gemacht wurde. Ich feier das. Ähm, lyrisch kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ist halt so diese, ähm, ne, Schiene, Underground-Schiene, Beat, Stimme, Video, bis jetzt passt alles überein und für mich auch insgesamt jetzt auch einer, der wirklich mal ein Gesamtpaket abliefert, was professionell ist, ähm, wo man dem das auch abkaufen kann. Das ist das Wichtigste überhaupt, ähm, darüber habe ich auch mal mit einem Kollegen drüber gesprochen. Damals war ich mehr so diese Schiene, ja, Hauptsache, es hört sich musikalisch an. Ja, das ist es auch für mich. Es muss sich musikalisch anhören und das ist, glaube ich, auch gleich ein Punkt, den ich erwähnen werde bei Blacks, oder Blacks, sorry, wenn ich den Namen jetzt falsch ausspreche, hier an dieser Stelle, aber es gibt einen Punkt, der mich an diesem Video, beziehungsweise an dem Song, ein bisschen stört. Den werde ich aber gleich erwähnen. Ähm, nichtsdestotrotz einer, der ein Weibchen aufbaut, den man sich auch abkaufen kann, den man abkaufen kann, wisst ihr? Ähm, ich will jetzt No Hate an der Stelle an, äh, der ist ja nochmal beleidigt. Oh! Le Perp. Ähm, so an der Stelle No Hate an, Le Perp. Er ist halt 16 Jahre alt, rappt halt auch über Drogen und was weiß ich nicht alles. Klar kann er das auch wirklich so durchziehen, aber man muss es auch wirklich so rüberbringen, dass der Zuhörer das auch abnehmen kann und das kann ich hier an dieser Stelle hundertprozentig, ähm, wie du siehst, Blacks, mit welchen Leuten der chillt, so, das ist halt so dieses, auf Straße, man weiß so, mit welchen Connections er so chillt, so, da weiß man, dass man so ein bisschen aufpassen muss, was man so sagt, ne, aber, aber man kann ihm das so abkaufen, auch wenn man sich das jetzt schon 50.000 Mal reingezogen hat, auch diese Schiene mit Straße, Drogen, Ticken, was weiß ich, Gangmang-Filme, das hat man alle schon gehört, aber nichtsdestotrotz diese Abkaufen, das muss man können, äh, Blacks im Hintergrund reinziehe, dann weiß ich auch, ey, der rappt nicht einfach so irgendwas rein, um, keine Ahnung, Filme darzustellen, den er eigentlich nicht lebt, sondern er, er macht, er rappt halt wirklich über etwas, was er wahrscheinlich sogar lebt. Diese Stelle, das ist doch, äh, lasst mich nicht da, das kenn ich doch irgendwoher, Leute, ihr müsst mir irgendwie sagen, das ist doch hier aus Oldenburg, oder nicht, oder bin ich, äh, Vorteil, dein Nachteil, ist kein Blub, nur die Wahrheit, was für dicke Kuh, nur wenn du willst, den Notkup wählen, Spruch die Gangblein, mach mich strafbar, hinter la Schwulen in den Adidas und den Nike-Schuhn, schwarz vor schwarz, wirst du heimgesucht, dann fließt Tränen, ich weiß im Blut, guck der schwarze, macht weißen Fluss, ich will nur spinnen, Junge, scheiß auf Ruhm, viele geben Pleite, viele geben Zeit, indem sie versuchen, auf Reich zu tun, das Bild im Ballermann steht für Blacks, gibt's ein Problem, dann ballern wir, gibt's ein Problem, dann weißt du Bescheid, meine Jungs, die Bänger und Stecher hier, Verbalisten wollen defamieren, geht in Tafi, gebacker mir, dort wenn's mal pränzisch und enger wird, müsst ihr den Notkup alarmieren, ich muss mit an Merhaba sagen, obwohl die Gesehne mich ficken wollen, ich bin Afrikaner, ich krieg kein schlechtes Gewissen, wenn ich es so oft ist, er wollte, Video sehr, sehr gut aufgenommen, kann ich immer wieder nur empfehlen, also Props an den Kameramann auch, das sind auch so Leute, die auch sehr, sehr wenig Credits dafür bekommen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich wollte einfach nur damit, ich wollte euch einfach nur mal so eine Offlineaufnahme zeigen, eigentlich mache ich das Ganze nur in Streams, deswegen, wenn ihr ein Newcomer seid, der zu wenig Reichweite hat, ich meine, ich bin jetzt auch kein YouTuber, der jetzt 1000, 100.000 Reichweite aufbauen kann, aber ich dachte mir einfach, sendet mir doch einfach was ein, dann reagieren wir gerne darauf, ich gebe euch Kritik, ich bin auch keiner, der rappen kann, aber mich viel mit der Deutschrap-Szene auseinandersetzt und deswegen kann ich hier ein oder zwei Meinungen geben, zieht meinen Kanal rein, teilt das Video gerne weiter, wenn euch das gefallen hat und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, ich weiß, das ist richtig schwul, bis zum nächsten Mal, 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 Bis zum nächsten Mal.